hallo leute es klappt wieder, ich krieg meine Handy-Videos wieder auf dem Computer. Das ist gerade auch der Grund, wieso ich das wieder aufnehme. PC-Studio, ich hab's geschafft, ich hab die richtige Version vom Chip gefunden und konnte sie installieren. Die Zahnspange tut mittlerweile auch nicht mehr so, oder wie? Und ich wollte euch ja jetzt immer ein Geheimprojekt verraten. Also, nicht immer, nicht jeden Tag, aber dann heute der 28. ist, sind noch drei Tage bis zum Countdown. Morgen, übermorgen, überübermorgen und deshalb wollte ich euch mal was verraten. Es findet am 3.6. um 20 Uhr in der O2 World statt und es hört sich so an. Es ist Iron Maiden. Ich gehe zum Iron Maiden-Konzert mit meinem Vater am Vatertag. Ja, es ist eine Überraschung, dass es am Vatertag ist. Eigentlich wäre ich auch so gegangen, auch wenn es nicht der Vatertag wäre. Aber Iron Maiden am 3.6. um 20 Uhr, O2 World, voll cool. Ja, und ich werde Live-Videos machen. Ich werde den aufnehmen, ein paar Songs natürlich nur, weil man möchte ja nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen. Und so viel speichern habe ich auch gar nicht. Und jetzt muss ich mal die Musik ausmachen, weil die Musik ist von Amy. Und von Amy darf ich keine Musik reinstellen. Ja, und deshalb, ja okay, nur Live-Musik, aber das ist ja jetzt live, in Klammern, live. Na ja, auf jeden Fall, das Video, das ich gestern gedreht hatte, das ist dann, ähm, werde ich nochmal umändern. Ich werde dann halt hinschreiben, dass das, ähm, gedacht wahre Entsetzen, dass das nicht geklappt, dass es nicht mehr klappt, aber es klappt ja wieder. Also Leute, bis zum nächsten Mal.